Mittlerweile gibt es immer mehr Möglichkeiten, um etwas Kultur auch trotz Corona-Pandemie wieder genießen zu können. So wurde die Platanenallee in Tübingen heute einfach zur Kulturallee und bot einige Programmpunkte für Groß und Klein an. Insbesondere die Kleinen konnten beim Familienprogramm am Vormittag mal wieder etwas kindgerechte Unterhaltung genießen. Bei allen Veranstaltungen an diesem Tag konnten die Besucher in kleinen Gruppen und an zeitlich versetzten Führungen teilnehmen und so insgesamt an fünf Stationen Auftritte lokaler Künstlerinnen und Künstler erleben.